Wir kommen zum sechsten Kampf der heutigen Veranstaltung. MMA in der Klasse bis 100 Kilo, über zwei Runden a fünf Minuten. Ich rufe dazu als erstes in die rote Ecke vom Kubaner Fight Team, Sefula Berisha! Sein Gegner hoch in die blaue Ecke vom Taiki-Bo aus links Christian Bauer! Sein Gegner hoch in die blaue Ecke vom Taiki-Bo aus links Christian Bauer! Sein Gegner hoch in die blaue Ecke vom Taiki-Bo aus links Christian Bauer! Rund 1 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 Das war's für heute. Aufsiehen, aufsiehen! Aufsiehen, aufsiehen! Wo ist das? Ich habe das, was erinnert. Applaus Das war's für heute. So müssen wir uns schauen, wie wir den Rufang zur ersten Runde gehen. Round 1. Schnell auf! 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 Wir haben die beste Haube aufgemacht! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Liste! 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 Das gobezählende Glückwunsch! Sieh in euch aufgabe der zweiten Runde der Kämpfer aus der Blaunecke! Christian Bauer! Liste! 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 Liste. Liste! 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 mitteler Gewünsch! Ich bin der Schweizer, der Schweizer, der Schweizer, der Schweizer, der Schweizer. Respekt, Austria!